Komm ich da irgendwie hoch? Ah, da komm ich sogar hoch. Äh, oder auch nicht. Äh, äh, äh. Ducken. Ah, da. So. Also, ich seh ja auch hier nichts. Ich komm da nicht... Ach, mit Springen vielleicht mal, ne? Hui! Ja, das hat wunderbar geklappt, nämlich gar nicht. Ducken. Nicht mehr ducken. Also, ich komm da nicht hin, ja? Seh ich das richtig? Hui! Ne. Okay, dann versuch ich es jetzt auch nicht weiter. Ist schon schön, wenn man keine Wohnung hat, sondern wirklich nur so blöde Schlafkisten. Ist schon sehr, dass die ja nicht alle... Was? Hä? Okay. wäre er verwirrt. Egal. Weiter. So. Jetzt müssen wir hier nicht, sondern... Ah, da. So. Und dann hier. Oh, wo kann man denn hier rauf? Gucken. Hm. Frisch gewaschene Wäsche. Schön ist es. Schön. Hi. Äh, nein, doch nicht. Ich hab mich schon wieder verirrt. Das heißt wahrscheinlich, dass es abgeschlossen ist. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Von da komm ich? Boah, ich hab'n Orientierungssinn wie... Das sieht hier gruselig aus. Da ist aber hier... Ammo. Oh, lasst mich einmal den... Don't open the starter of voltage. Kann ich ja nichts machen. Schade. Es ist nur dezent gruselig hier. Auch wenn ich weiß, dass da... Nichts ist hier. Hihihihi. Beute. Oh Gott, ist das... Äh, ich habe keine Angst. I'm not afraid of the dark. Ist das hier ein Privatscheißhaus oder so? Wahrscheinlich geht das hier gleich weiter, wenn ich mit dem Typen hier hinkomme. Das sind bestimmt diese verfluchten Tunnel. Deswegen geh' ich hier mal ganz schnell wieder raus. So. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Da ist die nette Dame. Von da komme ich. Oh, kann man da was rausnehmen? Nein, natürlich... Oder, oder? Ha, Moment. Hallo? Da war doch gerade eine Hand. Hallo? Hier war doch gerade eine Hand. Oder war die... Da. Für die Tür gemeint. Ja, super. Okay. Ähm, 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 ähm. Oh, die kann man auch aufmachen. Die ist aber... Leer. Okay. Da schläft wieder jemand drin. Aber wo ist denn hier? Ich verstehe das nicht. Wo ist denn der Typ? Ich hab mich verirrt. Ich muss, glaub ich... Ah, warte, muss ich nicht hier? Und dann da? Ah! Yes, I'm ready. Hallo? Kann ich die aufheben? Nein. Hi. Hm, das riecht aber Töfte. So. Oh, warte, jetzt ist der weggegangen. Ach ja, die rennen mal alle so vor und ich will doch immer so viel gucken. Tö, tö, tö. Ich hab doch ne Gasmaske, oder? Okay. Der singt auch, wenn er Angst hat, oder? Okay. Warte mal. Ah, warte doch. Ich muss doch eben... Ich wusste es. Ach, ich bin so schlau. So, findest du das echt ne gute Idee jetzt, Alter? Ich hab da eigentlich so... Und laufen müssen wir auch noch, oder was? Lost Tunnels. Okay, ich weiß noch nicht, welcher Punkt von da oben jetzt Riga ist. Wahrscheinlich irgendwas in der Mitte. Ist ja so Zentrum von allem. Great, we broke free. Now keep your eyes peeled. The handcar ride is over. Lots of tough guys died in these tunnels. But if we watch each other's backs, we'll get there. Point of no return. Ja, geil. Äh, warte mal. Ich will meine Waffe wechseln. Ja, warte, hallo. Oh Gott, warte. So, ne? So, die nehm ich. Danke. Ja, rennen. Alles klar. Da lang. Huch! Da, guck mal. Hm. Okay, Muni haben wir schon mal. Was war das? Hallo? Da, guck mal. Ja, ich bin, Entschuldigung, ich bin gerade wieder ein bisschen ruhig, aber ein bisschen angespannt. Hm, 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 hm. Ach, du Scheiße. Hallo? Ich bin Grobmotorik-Währa. Ich werde diese Dinger natürlich berühren. Ach, du Scheiße. Ich muss mich jetzt echt verarschen, oder? Ich komme da doch bestimmt dran. Oh, Kacke. Hallo, wartest du mal auf mich? Oha, komm ich daran vorbei? Ja. Okay. Ah, okay. Das ist das. Was war das? Keine Ahnung. Ein Messer? Oh, guck mal hier. Ich weiß nicht, was das sind. Ich nehme es einfach mal mit. Pfeilspitzen. So, und wie mache ich das jetzt? Oder hat der das schon gemacht? Oh, ich springe. Ui. Oh. Okay, so viel zum drüber springen. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ja. Schön. Gut, machen wir es nochmal. Hui. Ich dachte, der hätte das schon. Hm. Ah, wenigstens Simpfer hier. Hallo? Da bin ich jetzt aber nicht dran gekommen. Hab ich hier schon eingesammelt? Ja. Okay. Okay. Huf, huf, huf. Any Crunch or Crackle, give you away. Oh, a tripwire. An excellent way to get rid of the blind and dare devils. You get what to do? Some traps can be disarmed. Carefully avoid the trap, then locate the traps, triggering me. Und press center to... Hallo? Achso, warte. Okay, jetzt muss ich das wieder hier mitnehmen, alles, ne? Ah, guck, das habe ich auch gerade übersehen. Oh, das auch, hier. Da, da ist auch was. Wartest du mal auf mich, Alter? Hier, ehrlich, mal so, ne? Warte mal auf mich. Der läuft einfach weiter, der blödgegen Typ da. So, ja, und wie mache ich das jetzt? Kann ich darauf schießen? Ne, lieber nicht. Ich versuche mal wieder drüber zu springen. Hui! Ah, diesmal hat es geklappt. Ich traue mich gar nicht, da genau hinzugucken. Ah, guck mal. Ich, äh, guck mir das mal an hier, ne? Und dann, äh... Schön. Jetzt ist es wahrscheinlich entschärft, aber ich probiere es nicht aus. In welcher? In der? Okay. Ducken. Ja, und kvick, kvick, ist klar. Geht's noch? We've got injured! Ach, du Scheiße! Ich glaube, ich habe irgendwas verkehrt gemacht, aber... Hilfst du mir mal, Alter? Puh! Ich habe definitiv was verkehrt gemacht. Aber... Kommen die näher? Ich weiß nicht, wie ich das... Ich weiß nicht, wie ich das... Ich weiß nicht, wie ich das... Wow, 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 wie benutze ich ein Medipacks? War ganz doof gefragt. Nein! Ausziehen. Ich kann denen auch eigentlich die ganze Arbeit machen müssen, oder? Ich weiß nicht, wie ich Medipacks benutze, das ist sehr doof. Aber da er ja schon die ganze Arbeit hier macht, ist es im Prinzip total. Und wo? Oh Gott. Ach du Schande. Aua, ja, ich hab's gesehen. Danke. Schade. Hui, aber ich weiß auch nicht, ich glaub nicht, dass wir uns hier durch hätten schleichen können, oder? Sind ja jetzt doch ein paar gewesen. Da ist einer, der sich so von einer Deckung zur nächsten kippt. Wer jammert denn hier? Ja, ich werd ja wohl mal eben hier Sachen einsammeln dürfen, oder? Hier, der hat voll viel bei. Ja, ich muss doch einsammeln. Hallo. Hör auf zu nörgeln. Hui. Zuck. Das ist eine Grenade. Moment, Grenade? Habe ich Granate? Die da? Das ist Dynamit, das ist keine Granate. Hui. Zack, alles unter den Nagel gerissen. Ich weiß gar nicht, was der jetzt gerade die ganze Zeit erzählt. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ja, hör auf zu meckern. Ich muss gucken. Ich habe gerade Menschen getötet. Ich fühle mich schlecht. Wo ist der denn jetzt? Da. Was erzählst denn du? Achso, das ist der gar nicht, der da erzählt, sondern die, äh, Jungs da drin. Vielen Dank.